Ja, zur spätere Stunde waren dann oft tatsächlich alle etwas lockerer. Ob es daran lag, dass die Show so mitreißend war, oder aber doch am Wein, das sei dahingestellt. Und dann hängt es ja auch immer noch davon ab, mit wem man einen so besonderen Abend genießt. Gloria ist ein unglaublich disziplinierter Entertainer. Und ich kenne sie seit vielen Jahren schon früher von der Theaterie am Platz, wo sie eigentlich erst richtig berühmt geworden ist. Es gibt wenig Menschen, die ihren Erfolg mit so viel Disziplin einfach durchziehen wie Gloria.